Hallo und willkommen zu... Oh, aber er hat noch einen. Er hat einen neuen dabei. So... Hm... Wir gucken jetzt einfach mal planlos weiter. Wir werden ja wahrscheinlich irgendwann irgendwas finden. Oder wir werden von Krokodilen gepressen. Irgendein Schicksal wird uns ja ereilen. Hier müssen wir... Na... Und irgendwann ja voll... Die geben mir Energie. Gleich mal fällt die 17 Stunden. Du Keule... Gib mir jetzt mal meine... Hm... Da... Oh, ey... Kickboxed, Pfeil... Hier... Hier... Mein Keil wieder. Und halt die. Hm... Angriff lustige Spinnen. Ich nehme mich alles wieder bei Typen. Das klassische... Szenario. Kann ich auch irgendwas, was mich nicht töten will? Locken. Gibt es auch irgendwo was, was mich nicht töten will? Ich habe zum Beispiel einen freundlichen Stamm. Der mich aufnimmt. Ich habe gerade was Knorren hören. Ich habe gerade was Knorren hören. Die Hüte. Oh... Das hat es doch auch gehört, oder? Echt paranoid, ne? Keine Karte, was gucke ich denn da drauf? Keine Ahnung, wonach ich hier gucken muss, aber ich kenne das Gebiet. Da war ich in der Hauptweb schon mal. Hier war ich. Das heißt auf jeden Fall, dass es weniger Problem ist. Ich habe das Gebiet. Ich habe das Gebiet. Ich habe das Gebiet. Gnome. Wo muss ich hin? Bitte hier auch ein Dorf geben. Wo ich mich einkaufen kann. Hetz dich mal. Kann ich mich hier abseilen? Komm ich hier nicht mal runter, ohne dass ich da hinten... Oh, hier. Hier ist das Ding kaputt. Es müsste doch hier irgendwo ein Dorf geben. Oh, Energiepülze. Haben. Komm, dann nehmen wir erstmal mit. Hm. Hier bin ich ja schon rumgelaufen. Hier müsste ich ja mal nach Osten gehen. Am besten bin ich schon rumgelaufen. Lauf ich mal nach Osten. Am besten war ja das Wasser. Ja. Ja, Regen ist nicht ganz so schlimm. Okay. Du weißt doch nicht. Da haben wir Glück. Ja. Ich schweige mir nicht jetzt mal. Jetzt nehme ich mir meine Pfeile wieder. ja bobbel muss ich nur hergeben das sieht komisch aus danke das ist nicht, keine Ahnung es muss doch hier irgendwo ein freundliches Dorf geben wo ich meine Informationen bekomme ja hier runter ist nicht geil wie lange auch nicht reicht doch schon drauf das ist so ohne Karte hier rumrennen ist so bloß ne vielleicht sollten wir mal hier lang rennen berg schulter links dass wir hier irgendwo oder hier aufs Punkt besitzen guck mal wie es irgendwo an naja hier kannst du zwischendurch latschen ok die Karte grob im Kopf berg schulter links da ist noch ein Dorf ist so oft oben hier nicht soweit es geht runter kommen weniger Dörfer weniger Krieger da war ja auch eine Treppe Oh, äh, essen. Essen. Tafel zerstören. Ähm. Stein nicht. Stein sollte ja nicht das Problem sein. Gehe ich jetzt erstmal von aus. Ich bin mir so ein Stock mit. Naja, ein Stein sollte an sich nicht das Thema sein. Der Stein wird sich noch auftreiben. Eilt er erstmal nicht. Als erstes musst du Steine suchen und dann kannst du tot schmeißen mit den Dinger, ne? Dann spawns auf einmal überall. Wo geht's hier hin? Ah, ein Stein. Äh, sammeln. Ja, eine schwere Axe macht keinen Sinn. Äh, herstellen. Herstellen. Die reicht einfach noch fürs Erste, ne? Jetzt gucken wir mal ins Gebirge. Vielleicht finden wir da irgendwie einen Anhaltspunkt, was... Ich hab keine Karte. Ich spiel die dritte Karte. Wo bin ich? Wo komm ich da hin? Ich bin jetzt gerade schon, da brauchen wir nichts. Ich bin jetzt gerade schon, da brauchen wir nichts. So. Oh, wo komm ich da hin? Wo bin ich? Karte Nummer 4, oder? Wird... Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich muss nicht sagen, wo ich bin. Echt nicht sehr existenziell. Ich geh wieder zurück. Ich glaub, ich bin hier falsch. Ja, ich bin jetzt sicher. Es ist hier dunkel. Mistig. Oh, komm. 16 Uhr schon. Ich verpiesel mich. Ich verpiesel mich. Ich bin jetzt schon wieder verlaufen. Geil. Ich bin ohne Karte so aufgeschmissen. Danke. Ich bin sehr erfreut über sowas. Das ist Schlangen. Äh, noch hab ich Verbände. Geigeistig. Gesundheit. Lebensmittelvergiftung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe... ...hat gut keinen Plan, wo ich hin muss. Wo ich die dritte Karte finde, wo ich sonst irgendwas finde. Das ist irgendwas hin, wo ich schlafen kann. Irgendwas muss ich finden. Irgendeine Stelle muss ich mir gleich bauen. Nehmen wir das hier. Du Scheiße. Ja. Lieber ist nicht zu unterschätzen, Leute. Hm. Ja. Den zwei. Den zwei. All right. Muss ich hin? Wird das Fleisch kochen? Sammeln Ich muss irgendwie was finden Sammeln Sammeln Ja, noch zwei Stöcke, Sammeln Heck Sammeln Ja, alles gut Gutes Spiel Danke Wäre ja drei Teile Stark Benutzen Benutzen Ja, ja, kriegen wir hin Ja, ja, kriegen wir hin Okay Ja, das dauert ja drei Tage Ist okay Das ist schon eine andere Nummer Das ist gar nicht wo ich bin Das ist gar nicht wo ich bin Das ist eine Scheiße, das ist ein Fleischsucker Ich darf nicht zerstören Darf ich zerstören Spiel ist es In der Uhr Gehen wir erstmal Und wohnt jetzt weiter Okay Was fehlt mir noch? Bette Äh, Essen 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 Wir werden uns weiter linkschulterig an dem In den hier treiben Ein bisschen Orientierung haben Ich hab gar nicht so viel Zeug Ich hab gar nicht so viel Zeug Ich bin jetzt hier oben Da ist das Ja, Wasser zu Wir müssen ja Irgendwann Müssten wir Irgendwann 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 Müssten wir Irgendwann wir Das ist das Reich an Zeug. Ja, geil. Nehmen wir mit. Ist das so ein Ding? Was ist das da? Was ist das da? Ich hab wieder irgendwie Zeug dran zu hängen. Da ist zum Beispiel Wasser. Ein bisschen Grund auf dieser Karte finden. Das ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Einmal rausgefunden hab, wo ich bin. Oder wenn ich die Karte habe. Sonst ist das Problem. Anders in die Gegend stoppen. Oh, das. Das ist Nahrung. Ja, probieren die hin. Haben wir Kohlebrat, Fälle haben wir jetzt auch. Was ist denn da? Was ist denn da? Ich bin da. Ich bin da. Bitte solltest du überraschen, wenn ich jetzt zu einem feindlichen Dorf geradet. Wir springen jetzt mal hier rum. Wir springen jetzt mal hier rum. Ich bin da nicht. Wie mache ich jetzt. Wir sind da nicht rein. Und man muss das. O, wir sind es für heute geschickt. So Ding, wenn ich nicht alle Dinger aufbauen muss. Ich will doch noch einen Anhaltspunkt haben, wo ich hin muss und Orientierungspunkt. Ich würde jetzt einfach schon mal sagen, Leute, wir haben hier einen Teil in der Mitte. Wir können da ringsherum rennen und ich sage mal schon mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.